ARD Text im Auftrag von Funk 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 Ja, also komm, wir kommen jetzt zum Panzer und nicht woanders sind. Ja, weil wenn Wolverine einfach so ein Kackboppel ist und mich hier abknallen muss, dann... Okay, jetzt muss irgendwer schnell zum Panzer laufen, weil ja da keiner mehr ist jetzt. Oh, Leute, hab ich auch so ein bisschen oben drauf gesetzt, ne? Alter. Toll. Ja. Toll! Ich hab's gesehen. Ich hätte nicht mal die Chance auszuweichen. Ich mach's einfach nochmal. Ich durche doch. Da, hol den. Rechne mich. Geh reparieren. Ja. Oh, fuck, 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 fuck. Fuck. Boah, gibt's ja nicht, ich hatte uns alle drei... Wie konntest du so versagen? Ja, ich hatte eine Kampuzion, ja. Ich muss dann wechseln. Okay, wir hatten eine Chance, den Panzer durchzubringen. Ja, kein Problem. Ja, kein Problem. Tot. Ja. Wundering von hinten. Wundering von hinten. alter geht jetzt 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 hauen wir die weg jetzt haben wir jetzt wenn er die holst zwei stücke weg vom swiss von mir das finde ich nicht nur noch ich besser wäre ja ich habe gerade so viel erklärt beim panzer war das war wie adriallin raus ich habe alleine da alle weggefickt das war so lustig das passiert nicht noch mal so viel mal kann man nur einmal leben der ist kaputt der panzer ich habe zwei schüsse gemacht ja du auch ne ich habe zwei schüsse gemacht und zweiten tötet mit der panzer war ohne panzer umgetroffen und kaputt das dürfen wir schaffen das ist meins jeder weg ja ich habe noch eins man faktor ist an dem fenster soll er doch das kann natürlich sein aber wir machen das noch gar nicht so schlecht also wir sind halt schon schlecht aber halt nicht so schlecht wie vorhin ich lese da immer lesben also lesbis oder so kann wo das war schnell das war gut ja das wir jetzt jedes mal so machen schade da wollte ich dahinter ziehen aber hat nicht geklappt das auch eine gute taktik ich habe das geflüchtet 3 2 1 los ich habe ein gebot gemacht immerhin etwas ich brauche meine smoke hier oben hin damit ich sein wollen sich treffen mit smoke ja sonst noch wünsche das ist mal alter kriegst du wirklich deine smoke es ist ja ähnlich wie deine wünsche erfüllt werden gesagt ich habe selber eine smoke man ich habe selber zwei stück die gäste ist ja so die kurze strecke die andere ist ja länger oh lol unten ist einer kommen ist hohe treppe schon anfangen zu schießen aber egal wenn es anders sowieso ein anderes bonbon könnte das sitzen hier will ein bisschen offensives rpg gaming kannst du mich mal im arsch schade was ja ich war das war mit der rpg abgedacht ich kann den messer oder so ist ein bisschen optimistisch gedacht oder ich konnte nicht mehr es handeln schade nicht erwischt komm schon gib mir den rpg na jetzt muss ich mir eine eigene holen aber was hast du damit gemacht nichts das ist nämlich einfach so hin aber typ ist jetzt tot wir können ruhe ball an oder sei einer muss ich den panzer kümmern ohne runter gefallen ist ja ganz schlau ich muss mir gerade mal eine neue holen das wollte doch klappen oder sollten wir schaffen sollten ja ich glaube nicht 5 4 3 2 1 feier und jetzt habe ich dafür dass das sobald du stirbst dass wir von die dem panzer töten gehen mit normalen waffen ne einer muss halt noch ein panzer hier aufhalten also der hat noch einen anderen wir haben ja noch zwei wir haben zwar noch ballern deswegen kann man immer so schnell kaputt aber dann nehmen die typen tötet kommen wir weiter voran ja jetzt haben wir so verloren das war's ganz klein mehr töten nein es war so knapp es war so knapp ich hab noch eingetötet ich wollte unbedingt das gegenteil beweisen das weiß ich ich hab 5000 euro bekommen auch immer ich hab ganze zeit medaillen und sonst was er in das würde mich ein scheiß ist nicht mein richtiger account multi accounting wir kommen haben wir heute auf damit womit ja mit mit hier mit mit aber mit aber ich hab 10.000 bekommen ja ja gerade ja mit aber heute aus gut lol noch eine runde nur auch kann man geben bestimmt